Wir werden ja noch im letzten Song spielen, heißt essebeirao, hat einen brasilianischen Text, die brasilianerin, die spielen heute Abend Fußball, um 18 Uhr. Was ist los? Sing noch mit. La 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 Frankfurt erhebe deine Stimme, komm schon! La 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 lai, la 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 law Untertitelung. BR 2018 La 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 la, la la, 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 lo Uns lugares mehr lindos, aber du kannst dir eine Impression, du bist schon, wenn du in dein Herz, in dein Herz. Wenn du Polen mal nicht kennst, oder ob du ihn kennst, du solltest auf jeden Fall hingehen, das ist supergeil, der Texte ist super schön im Mucke. Wollen wir mal stehen geblieben? Wollen wir mal stehen geblieben? Ich möchte der Stadt Frankfurt vielen Dank sagen, dass ihr so ne Fan mal hier hinzaubert, so ne Bühne hinstellt, so ne Band wie uns erbucht, dass wir hier spielen dürfen, find ich geil. So ein kleines Mama-Programm für Sonntagnachmittag, wunderschöne Sachen. Ich möchte Danke sagen an alle Leute, die hier so mitgewirkt haben, vor allem an unseren Techniker Sascha am Pult. Und ich möchte Danke sagen an Michael Fischer aus Fremdinger am Schlagzeug. Und am Tidgeridoo, an der Perkussion, am fabelhaften Backgroundgesang, Verena König. Am Bass, Sebastian Flach, a.k.a. Schnabel. Awww. Das ist ein guter Typ. Am Keyboard ist Matthias Augler aus Hofheim am Taunus. Unser Blazer Sass, da geht zum Beispiel Mr. Ferdinand 3 von der Trompete. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's von Chris Cosmo Da la 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 lo Vielen Dank. Vielen Dank.